Ich zeige dir jetzt, wie du den Querido Kitgo 2 in der 2023 Version schnell und effizient aufbaust. Der Wagen ist zu Anfang zusammengefaltet. Entferne deshalb zuerst die Transportsicherung, das ist das Klettband an der Rückseite, das die beiden Stangen zusammenhält. Greife jetzt die Stange und ziehe sie nach oben, um den Wagen aufzuklappen. Schaue in die Öffnung hinein und hier siehst du links und rechts jeweils ein Loch im Rohr und daneben ein Gummirad mit Bolzen. Du greifst jetzt hinter das Rad und ziehst es mit Kraft auf dich zu, bis der Bolzen in das Loch einrastet. Einmal links, einmal rechts. Als nächstes montieren wir die Griffstange. Löse dazu jeweils den Hebel links und rechts neben dem Einschubloch. Im Anschluss steckst du die Griffstange in die Löcher. Klack. Drückst du die beiden Knöpfe am Gelenk des Griffes gleichzeitig, dann lässt sich der Griff im Winkel anpassen. Der Regenschutz hat vorne jeweils eine Klemme verbaut. Die wird auf den Kunststoffpin vorne am Wagen gedrückt. Klack. Um sie wieder zu lösen, musst du den Knopf vorne an der Klemme drücken und sie dann einfach abziehen. Zeit, die Achse zu montieren. Die Achse wird so eingelegt, dass die roten Gummidämpfer in den dafür vorgesehenen Mulden liegen. Die roten Metallplatten sind am Ende mit einem Gummischutz versehen, den wir zuerst abziehen. Zusätzlich sind beide Metallplatten noch mit Klebeband verbunden. Laut der Anleitung lässt man das Klebeband bestehen und entfernt es erst ganz zum Schluss. Wir haben es aber direkt entfernt. Für die Montage benötigst du die vier kleinen Schrauben und die vier Unterlegscheiben. In der Anleitung sind zwar Sprengringe abgebildet, aber naja. Lege beide Metallplatten bündig aufeinander und richte sie korrekt aus. Jetzt verschraubst du die beiden Metallteile mit dem Wagen. Weiter geht es mit der Feststellbremse. Lege sie zuerst passend oben auf die Metallplatte auf. Anschließend wird sie mit den beiden langen Schrauben festgeschraubt. Vergiss nicht die beiden Unterlegscheiben vorher auf die Schraube zu schieben. Fertig, die Bremse lässt sich nun feststellen und wieder lösen. Später machst du das übrigens mit dem Fuß. Nimm das Rad und stege es vorne in das Loch ein, bis es mit einem Klicken einrastet. Über dem Rad gibt es einen kleinen Schalter, über den du zwischen Jogger und Buggy umschalten kannst. Im Jogger-Modus ist das Rad fest und lässt sich nicht mehr drehen. Im Buggy-Modus bewegt es sich. Montieren wir die beiden Räder. Erstmal die Gumminoppen abziehen und den Überzug entfernen. Du siehst hier drei Löcher auf der Innenseite. An der Achse selbst gibt es die drei passenden Metallbolzen als Gegenstück dazu. Drücke jetzt auf das graue Gummi an der Außenseite und stecke das Rad auf die Achse. Drehe es so hin, dass die drei Metallbolzen an der Achse in die Löcher passen. Als nächstes nimmst du die vier Kunststoffdreiecke zur Hand. Eins dieser Dreiecke hat oben ein Gewinde, in das wir später die optionale Fahne einschrauben können. Deshalb wird dieses Teil auch oben links in die Schiene eingeschoben. Das zweite Teil wird dann auf der gegenüberliegenden Seite eingeschoben. Die beiden restlichen Teile schiebst du vorne am Wagen links und rechts in die Schiene ein. Vorne links am Wagen befindet sich der Einschub für die Fahrradhalterung. Nimm jetzt die Schraube mit dem grauen Aufsatz zur Hand und schraube sie in das mittlere Loch ein. Zum Schluss ziehst du sie noch mit einem Schraubenschlüssel an. Da waren doch noch zwei Nackenpolster zu sehen und ja, die werden innen einfach auf die Klettbänder gedrückt. Wie sieht es mit der Fahrradhalterung jetzt aus? Es gibt einmal die Fahrradhalterung und dann das Gegenstück fürs Fahrrad. Um die Halterung einzuschieben, wird der Bolzen gedrückt und dann schiebst du die Stange ein. Klick, sie rastet ein. Um sie zu entfernen wird der Bolzen gedrückt und der graue Griff herausgezogen. Dann kannst du sie abziehen. Fertig. Ein Rücklicht liegt hier übrigens auch noch bei. Fertig, das war es auch schon. Soweit ein schickes Teil. Wenn sich neue Erkenntnisse zur Verarbeitung oder Probleme ergeben sollten, dann werde ich das im Testartikel nachtragen und den Link zum Produkt und zum Artikel findest du unter dem Video.